Hier sehen Sie Katharina Waldorf am Werk. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Katharina Waldorf hat Kommunikationsdesign studiert und arbeitet heute als Mutter, Illustratorin und Wandmalerin. Mit Biene Vogt zusammen entstanden so etliche Kinderbücher, unter anderem der bekannte Koblenz-Stadtführer mit Lucy und Lione. An den diesjährigen Ehrenbreitsteiner Kunsttagen zeigt sie nicht nur einige ihrer zahlreichen Originalillustrationen zu den Kinderbüchern, sondern agiert als Wandmalerin in der Helfensteinstraße 73. Schauen Sie vorbei. Die Jalousetten sind hoch und lassen Sie sich überraschen.